Hallo Leute, da ist der Guzua wieder Und ich bin gerade wieder im Guzua Videos, aber in dem kleinen Sag ich mal, weil der große eben wieder zu ist Also wie gesagt, ich muss da unbedingt mal aufräumen Dass ich da mal was rauskicke Weil wie gesagt, mit 50 Leuten drin bringt nicht wirklich viel Ihr sollt da rausgehen So, Mati99 hat einen gepostet Auch halt Bartsch Ich mach's mal wirklich so, Bartsch wird dauerhaft wirklich auf 4 gesetzt Dann kann man sich den anschauen, kann man sagen, gut, okay, ja, war in Ordnung, okay und gut ist Weil das ist halt eben wirklich, hm Ich meine, cool ist hier, dass er noch reingekommen ist, das ist eine coole Nummer Weil halt eben nicht alles draußen war, das ist ganz nice Und von daher, auch die Menge ist natürlich richtig geil Du hättest Hattest du die King schon Die Da muss ich aber sagen Lass uns nochmal kurz reinschauen Den würde ich gerne nochmal sehen Weil ich denke, dass du das Dunkle hättest noch ziehen können Ich muss mal gucken, wie es mit den Truppen aussieht Wie viele Truppen du noch hattest Ich meine, wir reden immerhin über Fasten-Kar Also ziemlich genau Fasten-Kar Okay, Troops sind weg Okay Jetzt natürlich richtig geil, dass du dich dafür entschieden hast, eben hier reinzugehen Und nicht oben deine Helden zu wasten, auf jeden Fall Ja Gucken wir mal Bin ich echt gespannt Weil der Magiaturm Müsste gleich fallen Du kannst den King Ragen Wirst jetzt, genau, hast du gemacht So Na, wie lange hält der Magiaturm So Und jetzt Guck mal So Fläche Geht nicht Fläche Der, okay Der Bogiturm noch Ganz ehrlich Ich Du hast einen 9er Queen Ich hätt das probiert Ich wär so Alex Dunkel Alex Geil gewesen Ich hätt das mit dem Dunklen probiert Aber gut Soll nicht wild sein So Gucken wir nochmal Einen vom Yannis Der ist ja levelmäßig noch nicht so krass Weil Nee Sorry Wird nicht gezeigt Ist einfach Wirklich zu wenig Yannis Dann wirklich Richtig Sowas LRBT MAT 2.0 Ist ja auch ziemlich nah Sehr geil Ja Sehr geil Muss ich mal reinkommen In One Piece ist er drin Aha Er ist aber nicht nur One Piece Er ist jetzt momentan gerade mehrere Pieces MAT 2.0 Aus dem Den bin ich auch noch nie gekommen Aber gut Den Gucken wir uns auf jeden Fall an Aber vorher Zack So Und dann ist Barge natürlich trotzdem wieder interessant Klar Ich meine da braucht man nicht sagen Klar Das Außenrum wegnehmen Das könnte man jetzt ein bisschen schneller machen Wobei Das ist wirklich alles Außen Die Minen sind einfach mal Fucking voll Und das ist mega krass Auf jeden Fall Das ist wirklich so Lootmäßig Das maximalste Was du Was du rausholen kannst Eigentlich Aus Minen Und Sammlern Ziemlich geil Und dann halt eben Town Hall Gesnackt So jetzt will ich aber nochmal gucken Ihr wisst garantiert was ich gucken will Na was will ich gucken Was will ich gucken Also er muss 9 sein Ganz klar Er hat die Queen Und ich sehe auch die 9er Mauern Weil ich auch gesehen hatte Mit den Truppen Ich will Nichts falsches sagen Aber ich bin der Meinung Man kriegt die Die 6er Truppen Ja erst ab Town Hall 9 Ich guck jetzt nach Ich will Nicht Nicht Das heißt Ja warum Denn Warum Denn So So Reicht ja der Barbar Das reicht ja vollkommen aus Das hätten sie auch besser erklären können Das hätten sie auch besser erklären können Äh Da steht eben daneben dann Also Ne den seht ihr jetzt gerade nicht So da Zack Oh du bist dumm So Zack Level 6 Und dann Labor Level 7 Ich bin aber der Meinung Dass man das wirklich erst ab Aber wir gucken mal Gebäude Äh Armee Genau Labor Und dann sehen wir gleich Was wir sehen wollen What the fuck Hier 7 9 Ne Blödsinn Genau Also Level 7 Ab 9 Ganz genau Also gibt es definitiv die 6 Genau Also hat er Rat aus 9 Wobei ich echt sagen muss Ja Wäre es 10 gewesen Sag ich jetzt mal Wäre der Loot schon wieder um Einige schlechter gewesen Ganz klarer Fall Das wollte ich einfach nochmal kurz wissen Ich weiß Ich habe dafür jetzt lange gebraut Aber ich würde nichts falsches erzählen Weil das einfach scheiße ist Ganz klar Ansonsten gibt es natürlich zu meinem Account auch wieder was zu sagen Ich hatte ja glaube ich schon mal erwähnt glaube ich Dass ich Ja Mittlerweile höher bin Endlich habe ich ja Townhall 9 Äh Townhall 7 erreicht Und jetzt Jetzt wird man natürlich auch wieder ein bisschen was mehr sehen können davon Da habe ich dann eben schon angefangen So ein bisschen die Mauern ein bisschen besser zu machen Und Ja Einen Angriff jetzt machen ist irgendwie ein bisschen fail Weil ich ja eh noch ein Schild habe Und Meine Kanone noch nicht komplett durch ist Deswegen lasse ich das noch Sobald die durch ist Kann ich ja dann wieder machen Center Maxi 2 Haut sie alle zu Brei Ja nice Auch ziemlich nice Und Only Bogies Deswegen natürlich auch wieder schneller Aber natürlich auch so eine coole Nummer Ansonsten hätte ich natürlich Mittlerweile auch Bock Ich werde das auch denke ich mal im YouTube Forum schreiben Der Link unten ist natürlich auch drinne In der Videobeschreibung Zum YouTube Connection Forum Von mir Da werde ich mir jetzt mal Bald welche schnappen Mit denen ich noch gar nichts gemacht habe Und Yannis Warum postest du eine Verteidigung Die du verloren hast Also richtig verloren hast Richtig böse verloren hast So Zack MW3 Modern War Fair 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 3 Irgendwie sowas war Glaube ich war das Ähm Ist das irgendwie Battlefield oder so Ich Ich kenne mich mit den Shootern einfach nicht aus Ja Aber Ja Ist jetzt ja auch nicht so der Knaller Gehen wir auch wieder raus Ne Aber Wie gesagt Da Will ich halt eben auch ein bisschen mehr Hin und her Splashen So Bitte zeigt diesen Fight Oh nee Da Da Sehen wir Da Ich hoffe ich kriege es jetzt nochmal hin Ich Kleinen Moment Ich schreibe mir das kurz auf Man muss sich ja alles aufschreiben Warte kurz Kleinen Moment Only Magier Da wurde geschrieben Ey Hier Only Magier Dann guckt man sich das doch an Und schaut mal ob er es verkackt oder nicht Ja ich meine war natürlich auch nur Ähm Minen und Sammler voll Da ist es natürlich auch relativ easy Aber Wie gesagt Ein Only One Troop Angriff Sag ich mal Ist immer so eine Geschichte Und jetzt Ja geil Minenwerfer ist weg Und den Magier Turm müsstest Also Den schaltest du aus Ganz klar Aber Wie viel du verlierst dabei Das ist halt die Frage Nett I got mail Ja Also ich würde mal tippen Das Ding Schaffst du Du hast sogar noch den King Also wenn du es nicht ganz doof anstellst Oder Vorher abbrichst Das hättest du so auch komplett Denk ich mal Gerissen Ein King dann durch da Doch Den King als Ablenkung Doch das wäre machbar gewesen Aber vollkommen in Ordnung Klar Geiler Loot Auf jeden Fall MC 12 123 Punkt Punkt Weiter so Da Only Mauerbrecher plus Heiler Zumal der hatte nicht mal viele Mauern Das könnte Das könnte Ah Das könnte Was wäre denn Geil Alle Mauern weg Alle Mauern weg Sehr geil Hart gefällt mir Keine einzige übergeblieben Gut gemacht Lollfreak Gut gemacht So Ah ok Oh schön Wobei es natürlich da auch mit Barge gegangen wäre Aber da bin ich mal richtig schön gespannt drauf Na cool Der Drachen da Der geht hier außen schön lang Dass du ein bisschen was vom Loot noch mitbekommen hast Und ansonsten klar King Das wäre natürlich nice Wenn der King jetzt schön außenrum rennt Und dir noch schön das Alex wegzieht Den Heal da War der Drache jetzt kurz vorm Krepieren Ich meine hier kriegt er natürlich richtig ab Klar Oh ja ok Die Frage hat sich Die Frage hat sich soeben Richtig 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 Äh Übrigt Weil Bevor du Beziehungsweise Als du den Heal gedroppt hast Hätte ich gesagt Äh Hm Ok Und dann Ist der Heal wirklich so geil gewesen Äh Dass der deinen Dragon richtig schön Äh Ja Geheilt hat Richtig geil Auf jeden Fall Und jetzt mit ein bisschen Glück Nein ne Das schafft der Drache nicht mehr Ganz klar Da wo der King mal draußen rumrennen soll Da sagt er sich Ach nein ich möchte nicht Ne ich will nicht Ne aber jetzt ja erstmal schön von innen durch die Mauer nach außen Genau Genau Läuft bei ihm Ja Trotzdem nice Loot auf jeden Fall Ganz klar Da brauchen wir nicht drüber reden Auf jeden Fall So Ja und die drei Äh Genau Die drei DLX 3K DLX Janis Bitte nicht solche Raids Yeah Von Nova Nova haut wieder gut raus Ja das ist echt Das ist schon richtig kranker Shit Also Das ist schon richtig Wenn du da jetzt wirklich Auch richtig gut was mitnimmst Alter du bist auch schon wieder mit dem King auf 5 Mit dem Account Krass Das ist ziemlich cool Und da hat man halt eben schon wieder die Fähigkeit und dann Oh geil 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 Auch wenn sie nur auf 1 ist Aber Splash dann doch noch ein bisschen mehr Vorteil halt eben auch nochmal Wichtig Ganz ganz wichtig Ich habe zum Beispiel einen Boogie Turm Der nicht gerade auf den gerade rauf geht Aber eventuell in der Range gerade ist Und der haut Spawnt halt eben ein paar Barbaren raus Zack Dann hast du eventuell noch das Glück Dass die erst mal Dass der erst mal da rauf geht Und nicht gleich der King down geht Also von daher schon echt ein mega Vorteil Hast du die Truppen richtig schön eingeteilt Richtig geil Alter Richtig cool Und dann schön noch mit dem King da oben in der Mitte da schön rumgepopelt Richtig nice noch das DLX Geil Richtig cool Mann oh Mann oh Mann Ja okay Okay aber wie gesagt Ist halt eben auch nur Barge Ist in dem Fall perfekt gewesen Ganz klar Also wenig Truppen verballert Beziehungsweise eben Wenig Ressourcen verballert Silber Und maximal rausgeholt Das ist nicht schlecht Also ich sage jetzt nicht Oh das ist ja blöd Nein Aber sind wir ehrlich Das ist halt Standard Fertig Das ist halt eben nicht so Dass man sagen müsste Boah Das muss jetzt gezeigt werden Aber wenn sich einer eben dransetzt Und zum Beispiel Only Mauerbrecher macht Da ist das schon ziemlich cool Das ist das was wir sehen wollen Wir wollen entertaint werden Nicht dieses Tägliche Was wir so haben Ah okay Geragete Boogies Aber auch geragete Cobies Sollten nicht Über Nicht unterschätzt werden Wenn ihr wirklich Cobies da habt Und Das geht um die Wurst Dann Kann man damit Richtig richtig gut Nochmal was ziehen Die sind dann nochmal Um einiges schneller Das war's Und dann ist auch Das Video zu Ende Ich wünsche euch Einen schönen Tag Ciao Ciao